Läuft das jetzt? Ja, macht! Eins, zwei, drei! Kassim, das Blätter ging aber daneben. Was denn? Boah, das ist ja krass. Kassum! Jetzt wird es schon wieder weniger. Ja, aber die Hitze ist trotzdem nur ganz schön. Wie kann die Hände die Hände lieben? Das ist doch wichtig. Wollen wir uns aneinander? Bis zum nächsten Mal.